Acht Euro für 80 Minuten Stau auf der Stadtautobahn, eine Handvoll Brot und ein anregender Mix aus Altherren und Wunderbaum-Lavendel. Na, vielen Dank! Das hab ich gehört! Das will ich auch hoffen! Irgendwann später Hallo Tach, Bernd! Was ist mit dir los, Soos? Ja, also der Aufzug, ich meine... Wir haben ja keinen Aufzug, steht auch unten auf dem Zettel. Ja, eben. Ihr könnt ja natürlich ihn bauen können, ne? Echt? Wir haben ja keinen Aufzug, steht auch unten auf dem Zettel. Echt? Selbstverständlich. Echt? Wir haben ja keinen Aufzug, steht auch unten auf dem Zettel. Echt? Du, das war ein Scherz. Ah, lustig. Ihr lernt mich jetzt richtig kennen! Bald platzt die Bombe! Kruste! Oh! Seht, wie ich lache, kugelnd auf dem Boden rollte sich das Brot. Brot! Können wir alle weiteren Brotwitze bitte überspringen und anfangen mit der elenden Aufnahme? Kruste! Krr-kr-kr-kr-kr-kr-kr-kr-kr-kr-kr-kr-kr-kr-kr. Jaaaa. Heilerdütti, Oma. Du, ich mach doch mal jetzt hier weiter mit der Schlüppe. Ja, ja. Jetzt reicht es! Aber was war das denn? Ähm, bin gestolpert. Ciao, ciao. Ciao. Okay, aber wo ist denn jetzt hier eigentlich der Bus? Bernd das Brot? Kast mit schwarzen Menschen? Hö, hö. Ja, dann packen wir's. Aber darf das wahr sein? Musst du jetzt da rin fahren? Musst du da rin fahren? Das hab ich gehört. Oh, oh, oh. Danke. Ja, ja, ja. Oh, oh, das ist mir. Aber das tut mir richtig leid. Oh, nee, da muss ich ja links. Das will ich auch oft. Also auf einer Skala von 1 bis 1000 tut es mir eins leid. Wirklich, wirklich. Also, oh, oh. Nur noch eine. Dann sollten wir jetzt ganz schnell und ganz schnell und sofort ganz schnell und sofort, sofort proben, bevor wir überhaupt kein Instrument mehr haben. Ist mir doch egal. Ich hab noch drei. Ich sage nein, was immer ihr auch wollt, sage nein. Drum hört zu, was dieses Brot euch jetzt mal klar und deutlich sagt. Wir sagen nein, was immer ihr auch wollt. Wir sagen nein, es wird nicht sein. Du warst groß, Bernd. Danke, aber wieso bin ich wieder hier? Lies deinen Vertrag, Bernd. Vertra... Moment. Ich erinnere mich. Das ist... Mist. Okay. Ich habe mich überrascht. ich bin ganz super fertigred aquí. Sacheぽle.